So, warte! Warte! Worauf denn? Auf dich! Auf dich? Bist du fertig? Ich bin noch nicht fertig, aber jetzt bin ich fertig. Jetzt bist du fertig. So, dann legen wir mal los. Supermenschen-Pietra wäre toll. Supermenschen, Supermenschen. Karl will das nicht. Nee. Wasser. Aber wir haben vier Sägen. Aber wir haben es gesehen. Das ist schon mal riesig. Das ist schon mal mega. Die werden alle hoch dahinten, die fängt da und da. Das heißt, die Chance auf Gold ist auf jeden Fall gegeben. Gold ist ja, für den Beruf verlängern. Hey, wenn er jetzt wieder hier in der Hecknetman mit Verlängerung rast dich aus. Aber eine Gold ist schon mal gegeben. Der auch. Wir brauchen die Verlängerung. Reiner jetzt! Nee, er macht wieder Heckmeck mit die Tiefe. Oh, da ist er! Drei weitere Rote. Drei Rote. Aber alles schon vervollen. Helme, Helme, Helme! Hüte, Hüte, Hüte! Helme! Wer ist mit Liefen? Oh, da ist er! Hüte, Hüte, Hüte! Jetzt sind Hüte! Zwei Gelbe, zwei Golde. Zwei Golde. Weiter! Weiter! Rein! Verlänger! Helme, Helme, Helme! Der macht Heckmeck, ey! Nee, bitte nicht, ey! Da! Jawoll! Zwei, drei Golde. Einfach nur Gold. Egal wie viele. Zwei haben wir noch. Komm, Verlänger nochmal. Zwei Verlängerungen. Komm! Verlänger, bitte! Rein! Eins! Oh nein! Letztes Verlängerung! Komm! Komm! Aber noch eine Golde! Komm mal, wir haben ein paar Golde. Auf fünf Cent, drei Dollar. Wett. Einmal jetzt den Miner. Nur den Miner. Keiner guckt sich schon, ne? Ach, der Major wäre aber auch nicht. Major ist fix bei 1000. Nehmen wir auch. So, komm. Wolfi rein da. Erstmal den Kleinen, den nehmen wir jetzt mal weg von vorne. Aber ist gut. Für Kleinen ist der schon gut. So. Und jetzt die Holzhütten. Auch gut. Auch nett. Auch gut. 50 Euro. 50 Dollar. 50 Dollar. 5 Dollar. Und jetzt 1 Minuten. What? 100. Das sind 100er. Keine Goldene, aber ist gut. 200, 300. 300. 300. Und wir sind rein mit 200, ne? Wir sind immer noch drin. Wir sind im Plus. Ja. Im Big Game Plus. Ohhhh. Ich hatte so oft auch das Menschen-Titur. Dann sind doch vorne alle... Points und dann... Alle Hütte, Entschuldigung, sind dann Geld. Also Menschen. Aber ist auch gut. 300 nehmen wir mit. Da war ja noch Kleines dabei. Mach mal bitte 10 Spins. 1 auf 6 und auf den 10 Cent. Aber nur 10. Ja, machen wir Karl. Nur für dich. Danke. Ich bin Karl, machen wir das. Ja. Ja, dann gut. So, wir fangen an. Ich geh auf 10 Cent. Ja. 6. 6 Dollar Wett. 1. Das ist aber dritten. Ohhhh. Nein. 2. Das tut weh. Wir zahlen auch gut. Ja. 27. 27. Karl, du bist unser Mathematiker. Erzählst mit mir. Wir sind ja hier. Sven und ich sind ja live dabei. Wir sind ja drin. 3. Oh, er sagt sogar. Sven sagt mal. 1. 4. 5. 6. 7. Ohhhh. 8. 9. Karl, der letzte. Karl, der letzte. 10. Einen mache ich noch so. Hahaha. Es sind 11 Mal. Und wir machen weiter auf 3. Wir machen weiter auf 3. Ich würde aber fast sagen, an der Stelle, weil es ist so ein super Feature. Ja. Ich bin raus erstmal. Das heißt also, wenn euch das Video gefallen, habt ihr immer. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und den Daumen hoch. Den Daumen hoch. Genau. Immer Like. Richtig. Daumen hoch. Kommentar. Wenn ich mich sehr freuen. Drück die Glocke. Verpasst ihr kein Video. Und übrigens auch nicht von Karl. Nochmal Sky, Fresh & Frog Videos. Wir sind raus. Wir sind raus. Bis dann. Weil wir liefen. Tschau. nächstes Mal. Ich muss raus. Huuu. Und irgendwas hat dort geschlossen. Zinhaark. Spannend. Einmal hier. Er! Du lag. Mon상을р 12. Sieben, du schอง. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020